MASHAS MÄRCHEN Es aß für sein Leben gern Süßes. Der Honig und die Marmelade aber zogen die Fliegen aus dem ganzen Königreich an. Das Schneiderlein verjagte sie nicht. Also dachten sie, sie könnten in seinem Heim tun, was immer sie wollen. Eines Nachts brachen sie in den Kühlschrank ein und futterten alle Cremetörtchen auf, die das Schneiderlein versteckt hat. Das ging nun wirklich zu weit. Das Schneiderlein nahm ein Tuch vom Stuhl neben dem Esstisch, holte aus und schlug nach den Fliegen, so fest es konnte. Er erwischte sieben Stück und alle anderen machten sich schnell aus dem Staub. Das Schneiderlein verschloss den Kühlschrank. Danach zückte es Nadel und Faden und stickte eine unheimliche Warnung auf sein Hemd. Vorsicht, ich töte sieben auf einen Streich. Es lief schnell zum Konditor und kaufte sich dort neue leckere Cremetörtchen. Gut gelaunt ging es nach Hause. Das Schneiderlein lief die Straße hinunter und biss von seinem Törtchen ab, als plötzlich... Wow! Ein Riese vor ihm stand. Der Riese las, was auf des Schneiderleins Hemd geschrieben stand. Er fragte, was genau meinst du denn damit, du tötest sieben auf einen Streich? Der Riese war neugierig geworden. Darum sagte er zu dem Schneiderlein, Wenn du so mutig bist, dann lass uns sehen, wer stärker ist. Du oder ich. Gewinnst du, so werde ich dir ein großes Geheimnis verraten. Sollte aber ich der Stärkere sein, hast du ein Problem. Der Riese sah sich um und nahm einen Felsbrocken vom Wegesrand. Er hob ihn hoch und brach ihn einfach so in zwei. Das Schneiderlein traute seinen Augen nicht und ließ sein Törtchen fallen. Na, hast du gesehen, wie stark ich bin? Und jetzt bist du an der Reihe. Das Schneiderlein wusste, was zu tun war. Es bückte sich nach dem Cremetörtchen, hob es hoch, als wäre es ein schwerer Stein und drückte darauf. Die Creme spritzte dem Riesen mitten auf die Nase. Der Riese erschrak. Er hatte noch nie einen Menschen getroffen, der einhändig Sahnecreme aus einem Felsen pressen konnte. Er musste der stärkste Mann auf Erden sein, die Speerspitze der Menschheit. Nun musste der Riese dem Schneiderlein wie versprochen das große Geheimnis verraten. Da ist ein Berg, auf dem wächst ein uralter Baum. Wenn du in diesem Baum bis ganz nach oben kletterst, wirst du eine große Höhle im Baumstamm finden. Ganz weit unten am Boden dieser Höhle steht ein riesiger Kühlschrank. Dieser Kühlschrank ist bis zum Rand gefüllt mit Eiscreme, Törtchen, Schokoladenkuchen und Keksen. Doch es gibt einen Wächter, ein Hund mit Augen so groß wie Wagenräder. Er trachtet nach jedem, der kommt, um sich an diesen herrlichen Süßigkeiten zu vergreifen. Doch fürchte dich bloß nicht vor dem Hund, sagte er zum Schneiderlein. Schnapp ihn dir und pack ihn in meine Schürze. Er wird sich dann sofort beruhigen. Danach kannst du zu diesem Kühlschrank gehen und so viel essen, wie dein Herz begehrt. Das Schneiderlein war begeistert. So viele süße Leckereien, ohne dafür zu bezahlen. Sofort machte es sich daran, den Baum zu erklimmen. Es fand das Loch und spähte hinein. Es war genau, wie der Riese gesagt hatte. Es gab einen Kühlschrank und in der Ecke lag ein Hund mit riesigen Augen. Und ehe der Hund den Einringling bemerkte, steckte er schon in der Schürze. Da saß er und musste mit ansehen, wie das Schneiderlein sich an seinen Schätzen gütlich tat. Das Schneiderlein aß, als gäbe es kein Morgen. Es kletterte in den Kühlschrank und alles, was noch herausdrang, war ein Kauen und ein Schmatzen. Bis auf den letzten Krümel aß das Schneiderlein den Kühlschrank leer. Zufrieden schlug es die Kühlschranktür zu und machte sich auf den Weg zum Ausgang. Doch das Loch war zu klein für seinen vollgefressenen Bauch. Von all den Süßigkeiten war es zu dick geworden. Es kam nicht vor, noch zurück. Es steckte fest. So musste das Schneiderlein in dem Loch stecken bleiben, bis es wieder abgenommen hatte. Ihr seht also, es ist nicht gesund, so viele Süßigkeiten zu essen. So viel Süßes tut eurer Figur gar nicht gut. Warum macht ihr euch so breit? Wo soll denn der Kleine hier noch sitzen? Glaubt ihr, ihr könnt gemeint zu ihm sein, nur weil ihr größer seid? Also, ich sollte euch mal eine Geschichte erzählen, die von dem Riesen und dem Däumling. Der kleine Däumling. Es war einmal eine Familie, die hatte drei Söhne. Der älteste Sohn war stark wie ein Bär. Der mittlere war rund wie ein Fass. Und der jüngste war klein. Ein richtiger Winzling. Die älteren Brüder waren sehr gemein zu den Jüngsten. Sie lachten über ihn und nannten ihn Däumling. Sie riefen, Hey ho! Hey ho! Du bist nicht größer als ein Floh! Eines Tages gingen die beiden älteren Brüder in den Wald, Feuerholz sammeln und ließen den Kleinen zu Hause. Aber der kleine Däumling war schlau. Er folgte seinen Brüdern und ließ Kieselsteine fallen, um den Weg zurückzufinden. Seine Brüder hatten inzwischen genug Holz gesammelt, doch sie hatten sich verirrt und konnten den Heimweg nicht finden. Sie weinten wie zwei kleine Mädchen. Da kam der Däumling des Weges und sprach, Hört auf zu heulen, folgt mir! Und er führte seine Brüder aus dem Wald. Als das Feuerholz verbraucht war, gingen sie wieder in den Wald. Und wieder folgte der Däumling ihm. Diesmal hatte er ein Stück Brot dabei. Er streute Brotkrumen entlang des Weges, aber die Vögel pickten sie alle auf. Armer Däumling, nun konnte auch er den Heimweg nicht mehr finden. Er ging zu einer Wiese, wo die Brüder ihr mitgebrachtes Brot verspeisten. Plötzlich hörten sie ein Geräusch. Es kam aus dem Gebüsch. Die älteren Brüder bekamen Angst und kletterten auf die Bäume. Aber der Däumling lachte bloß. Was seid ihr für Angsthasen? Das ist bloß eine Katze! Die Katze kam aus dem Gebüsch und sprach mit menschlicher Stimme. Ich bin nicht bloß eine Katze, ich bin der gestiefelte Kater. Dieser Kater sah so lustig aus. Er trug nämlich einen Hut mit einer Feder. Die Brüder kletterten von den Bäumen und baten den Kater, Kannst du uns vielleicht den Heimweg zeigen? Der sagte, Dazu habe ich keine Zeit. Ich habe einen wichtigen Termin mit einem Ogre. Den müsste er zuerst hinter sich bringen. Erst dann könnte er ihnen helfen. Die älteren Brüder weinten erneut. Da holte der Däumling den Kater zurück. Du musst uns helfen! Na gut, kommt mit und bleibt über Nacht in meinem Schloss. Also machten sie sich gemeinsam auf den Weg, um dem Ogre einen Besuch abzustatten. Das Tor stand offen, also gingen sie geradewegs in die große Halle, wo ein böse dreinblickender Ogre am Tisch saß. Als der unheimliche Ogre die drei Brüder und den Kater entdeckte, rief er, Toll! Ein leckeres Vier-Gänge-Menü kommt einfach so hier rein spaziert. Dann leckte er sich die Lippen. Der Däumling war ein kluger kleiner Junge. Ihm war sofort klar, dass sie im Schloss eines Menschenfressers gelandet waren. Schrecklich! Der Kater zwickerte dem Jungen zu und sagte zu dem Ogre, Also wirklich, Herr Ogre, Sie sind aber kein guter Gastgeber. Ich habe gehört, Ogre können ihre Gestalt verändern, um ihre Gäste gebührend zu erschrecken. Aber ich glaube, sie können so etwas nicht. Der Ogre lachte nur. Dann... Bum! ...verwandelt er sich in einen riesigen Löwen. Die älteren Brüder bekamen Angst und versteckten sich. Der Kater zuckte mit keinem Schnurrhaar. Er sagte zu dem Ogre-Löwen, Ein Löwe ist leicht, das kann doch jeder. Aber kannst du dich auch in etwas Kleines, Graues verwandeln? Der Ogre-Löwe überlegte. Dann, zack, lief eine kleine graue Maus, quiekend über den Tisch. Piep, 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 piep. Der Kater stürzte sich so schnell auf die Maus, dass er nicht nur Stiefel und Hut verlor, sondern auch alles Geschirr auf dem Tisch umstieß. Die Menschenfresser-Maus flüchtete sich in einen Krug. Der Däumling dachte nicht lange nach und verschloss den Krug mit einem Korken. Da war der Menschenfresser gefangen. Wie sehr sie sich freuten! Der Kater zog Hut und Stiefel wieder an und sagte zu den älteren Brüdern, Also, ihr beiden geht ins Bett. Sie konnten ja nicht die ganze Nacht unter den Tisch hoppen. Dann ging der Kater mit dem Däumling auf den Balkon und zeigte ihm den Heimweg. Anschließend schickte er auch ihn zu Bett. Am nächsten Morgen brachen die Brüder auf. Der Däumling ging gut gelaunt voran. Von da an waren seine Brüder nie wieder gemein zu ihm. Vergesst also niemals! Seid wirklich niemals gemein zu denen, die kleiner sind als ihr. Denn jeder Däumling, wenn er nur klug und tapfer genug ist, kann den bösesten und furchteinflößendsten Oger besiegen. So, 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 so! Warum sind denn alle meine Videos verschwunden? Hm, dann beginnen wir mal mit der Suche. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Vielleicht finde ich sie ja hier oben rechts. Das Mikrofon klicke ich jetzt an und sage Masha und der Bär ist dran. Das war einfach. Und jetzt probiert ihr es mal!